Bitte nimm deine sehr vielen Haare ab. Fang erst mal um, Mann! Schöne Hände! Wer bist du? Wer ist es? Wer ist es? Es ist Rune Kislason! Es ist Rune Kislason! Rune Kislason! So sieht es aus hier! Wahnsinn! Rurik Gislason ist der Gorilla! Rurik, großartig, großartig gemacht! Sag mal, was kannst du alles? Tanzen, singen, kicken, auf gar keinen Fall atmen! Du hattest aber auch sehr, sehr viele Haare. Aber ehrlich gesagt, noch schönere Haare sind drunter! Rurik Gislason! Wahnsinn! Schöner Zopf! Rurik, wie war es als Gorilla? Außer warm! Sehr warm! Und es ist schön, dieses Studio einfach zu sehen auf einmal. Das hier ist echt cool! Er sagt das immer mit neuen Erfahrungen. Es macht mir so viel Spaß, ich habe so viel gelernt. Also ich bin kein Singer natürlich, aber es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich habe so, so, so viel gelernt und ich bekomme so viel Freude von den Zuschauern auch. Und hier haben wir volles Studio heute. Das ist voll schön! Volles Studio! Alle feiern dich ab! Du warst ein großartiger Gorilla! Das hast du super toll gemacht! Nipo hatte dich auf dem Zettel! So an der Nase rumgeführt! Sensationell! Rot hatte dich auch auf dem Zettel! Und Ray auch! Ja, aber es hat so lange, wirklich so lange an der Nase rumgeführt und so sensationell gemacht! Krass! Also wirklich super beeindruckend! Vielen Dank für diese mega Performance! Und dass das Ray gesagt hat, stimmt wirklich, Rurik, du kannst alles! Du kannst Fußball spielen, du kannst tanzen! Und jetzt, man hat es gesehen, du hast wahrscheinlich vorher immer mal wieder so ein bisschen gesungen, aber so ein bisschen für dich! Und man hat gemerkt, du wurdest von Mal zu Mal besser! Also genau wie Ray gesagt hat, ich glaube, wenn du so ein bisschen trainierst, kommt bald ein Album von Rurik! Ja! Dann geht's los! Kennst du Kaffeebarin? Nein, leider nicht! Aber ich werde auf jeden Fall vorsetzen, ich möchte gerne was weiteres machen! Sehr geil! Sehr, sehr geil! Das ist eine sehr gute Entscheidung! Wir sehen dich jetzt nochmal! Singen ohne Maske! Ohne Maske? Ja, natürlich! Rurik Gislason ist der Gorilla! 1, 2, 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Rurik Gislason war der Gorilla, Rurik, großartig, vielen lieben Dank, nimm alles mit, ja, Ray hat gesagt, kannst du mal halten, alles mit dir, Rurik Gislason war unser Gorilla, Wow, 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 das war die erste Demaskierung heute im Halbfinale, aber es folgt,